das unnötig also ich sieht mir zum Glück schon nicht die es heißt jetzt auf auf die Karte Kontrolle aber sonst würde ich mich zu fest hätten und dann wünschen man fest hätte nämlich immer wichtig wo wir zurückgerannt 100 Prozent da ja genau, Leute hat da verstanden Entschuldigung ich weise ich ab und zu schnell rede Naja Quatsch besonders wenn ich aufgeregt bin also zum Glück nicht so die Eigenschaft von einem LPR deutlich zu reden damit alle ihn verstehen nein hält ich die Tür dann musst du einen Stein verschieben bis er einrastet jetzt hätte ich mir schon auch noch hinbekommen ja uh geht auch nicht mehr weiter sonst und rechts steht der gleiche Truhe ja seh ich und links der Ausgang denke ich oh der letzte Schlüssel sagst du ja mhm der letzte Klaheine Schlüssel Klaheine hätte ich es da nicht vorgelesen hätte es mir gleich geglaubt sich aus dem Kopf von der Kontrolle oder ja scheiße Lass mich raten jetzt muss ich den Wasserstand wieder hochheben um da hochzukommen habe ich recht oder mache ich mich da hochheben also ich würde sagen du gehst jetzt zum Mittelteil Nein geh ich nicht ähm dann zum Grund also ne ich würde sagen also dann runter war und äh irgendwie oh war da oben nicht irgendein Ding wo man vorhin nicht landen kann wo man ihn zwangen kann ja das ist das ist ja dann wo ich zum Endboss komme hier das da verschlossene Tür da ja die habe ich ja schon die verschlossene Tür die war die da chill kurz ne ne in dem Gang mit den weißen diesen weißen äh Stingern auf dem Boden okay gut da war ich noch nicht drin also geiß weiße Haxen Haken Spitzen auf dem Boden sind okay Leute einen kleinen Cut ich muss meiner Mutti helfen so wollen wir jetzt weiter Ice Cream ist grad irgendwie nicht da na egal ich würde sagen dann machen wir mal einmal kurz ohne Ice Cream weiter der wird bestimmt dazustoßen dann schon wenn er mal hinter dazustoßen kommt so und getötet gern hier hin ja so schön das Lied hier gespielt Stimmt da waren wir in einem Raum jetzt noch nicht na verdammt so wieder hoch hier Leute oh man Junge und hoch hier das Lied ja also wenn wir jetzt bevor Ice Cream wieder dabei ist noch nicht dabei ist wir sind dabei schon beim Endlingern mag ich kurz einen kleinen Cut weil der will bestimmt dabei sein und nichts für uns kündigen und nichts für uns Sichtfeld Mutti ach Leute da ist er ja es geht bereits weiter jaja es geht bereits weiter vielleicht wartet du auf mich nee ich warte nicht auf dich so eine Fee werden wir uns noch schnappen man kennt mich ja schließlich ich brauche immer 50 Feeen ja naja okay wir schieten wir schieten ey jetzt Fee du lass dich einsammeln will die will die Fee mich verarschen ja okay die Fee ist weg die wollte sich nicht einfangen lassen egal was hatte ich draußen den 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 Feeenbogen ha was hast du gerade gemacht wo warst du weg hab ich doch gesagt meinst du das Ding nee das meintest du nicht da brauchen wir den Master Key also hier muss man schon mal nicht rein hier brauchen wir den Master Key wo muss ich hin du hast doch gesagt dass du weißt ähm Mittelteil auf den Grund und den Eisenstiefen bis zu den Gang wo die weißen Zacken sind den Enterhaken kommst du nun endlich hoch zu der verschlossenen Tür okay gut also hier runter ich glaube das war der einzige das sind sechs Wasserspinnen im Wasser und eine Hose und ein paar Felsen rollen vorbei hat die dann einfach so Mitte durch und äh zur Tür so erst dann bin ich hier bei den Zacken okay so warum droppen die ganze Zeit permanent eigentlich Bomben hab ich noch nicht durch hab ich noch nicht Bomben voll eigentlich doch hm keine Ahnung eigentlich schon mal bestimmt hier ja das könnte sein dass ich hier noch nicht dass ich hier nicht hingekommen bin wenn ich mich verraschen okay wo geht's denn oh da das stimmt hier hin ja Gott genau na schon hier könnte ich nicht hingekommen sein doch das ist ziemlich lang könnte kommen okay so hier sind auf jeden Fall ein Sog mit Stein ein bei ihr vorzunehmen durchzuführen Schirr mal Orling muss und zielen Kogoro ordentlich da kennt man Nikola Stützspieler in dir ups BAM Hedge-Up Nein, noch nicht ganz Komm, jetzt ist es wie sexy, mach das nicht durch Quickscope Na, ufff, schlecht Warum? Alle noch getroffen? Naja, okay, es ist die sexy oder das Quickscope Das hier Die ist rade So, hier rüber schnell Und Die Kackboots angezogen Warum auch immer Na, wegen den Dingern noch So, wegen dem anderen Helps, die hat mir fehlt halt noch Soll ich sie aber wieder ausziehen? Naja, meinte schon Ja, irgendwie bräuchte man die auf eine Schnelltaste, finde ich So Und hier durch Oh, ich bin so vor, dass wir den scheiß Streamings geschafft haben, ey Das ist der schlimmste Gegner, den man hat, irgendwie, finde ich Oh, ich bin so vor, dass wir den scheiß Streaming haben, aber ich, doch, ich töte da unten gerade die Viecher Ah, ja, ich bin schon gewundert, warum du die ganze Zeit zielst du bist, weil, hm, die ganzen sind alle Zähldinger außerhalb der... So Ich werde mal Ne, mach mal, jetzt habe ich mich alles, alles sicherlich schon hier unten getötet, sieste? Schön, alles rot Hm, das sieht doch, das sieht doch sehr mysteriös aus, diese Wand, mal gucken Vielleicht ist ja dahinter etwas Hm, mhm Ne, bestimmt nicht Ne, war aber nicht was zu sehen Hm, doch What the fuck Hm, genau Die sieht oft, die sieht auch ganz normal aus, das ist natürlich auch nichts hinter Die sieht normal aus, mit einem Riss Naja, man sieht doch gar nicht hier dieses Viereckschon, wenn es ein heller leuchtet ist. Ich weiß. Sieht man da auch nicht, oder? Haben wir das gesehen, Leute? Nee, oder? Ich finde, das andere war unauffälliger. Das hier. Ja. Ach, aber Sie haben sich schon ziemlich viel Mühe gegeben mit der Ingestaltung des Dungeons. Ja, passt schon. Boah, wir schieben einen Stein. Wir schieben einen Stein. Mann, sind wir stark. So exciting. Ja, also ich muss sagen, Link ist schon ziemlich stark. Ich habe überlegt gerade so einen fitten Stein zu schieben, so wie er immer über den Boden rutscht. Und genau, man kann sagen, mit dem Stechner die Erde so über den Boden rutscht. Ja, habe ich gerade gesagt. Ja, ja, singen. Ich finde das ziemlich lustig, wie die Außenmap irgendwie so aus wie, warte mal. Nein. Inkei, ja. Ja. Nein, 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 nein. Der Himmel da hinten und ansonsten nichts. Er sagt, die Außenwelt. So, da. Ja, pink. Der Himmel da hinten und ansonsten nichts. Doch, unten auf dem Wasser. Da unten ist noch Wasser, wenn man das nicht gerade richtig gesehen hat. So. Ja, der hört doch zum Horizont dazu. Vier Stunden und Stück. Na ja. Videomaterial. Ja, ja. Kommt bestimmt auch noch. Ja, ja. Du wirst bestimmt schon gekommen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe immer... Was hast du jetzt gestiegen? Jetzt, was hast du gestiegen? Ja, genau. Weil im Schilder betätigt er so. Oder wollte ich nicht immer überlegen, er hat so viel Fall. So viel Wasser verdrängt, der Block ist aber nicht, dass es so viel höher wird. Doch, also bisher nicht er verstanden, aber brrrr. Ne, Blöcke verschieben, auch so kein Wasser. Verdrängt auch so kein Wasser. Das ist nicht so realistisch. Kommst du nicht mit dem, äh... Oh, hä? Haken wir schon mal. Boah, war so klar. Okay, töten wir jetzt mal. Oh, das war irgendwie hässlich. So. So. Enderhafen. Da hoch. So, jetzt packen was auch. Ich hätte es auch so gerade gepackt, denn nur die scheiß Viecher. Ja, ja, wir haben es alle gesehen. Ja, glaube ich so nicht. Es gibt bestimmt irgendeinen, der es nicht gesehen hat. Der gesagt hat, ach, wie schlecht ist denn der? Siehst du? Schön. Ich muss nur durch die Tür durchkommen. Naja, bin ich doch schon. Ha. Uh, was sehe ich denn da? Ja, du bist nicht treffen, glaube ich. Vielleicht kannst du die Eilboots anziehen, nicht rausstellen. Ne, was, ich kann anders machen. Wir stellen einfach hier so hin. So. Ach so, okay, du kannst schon alles klar. Nö, das ist nicht, aber jetzt gerade irgendwie logisch. Na, ich hätte mich wahrscheinlich mit Eilboots draus nicht hingestellt und versucht, ihn so zu treffen, Frau. Ja, aber ich habe nicht viel Bock, weil, hast du gesehen, hier, oder? Naja. Da hast du ein Star-Hin, oh nein, nein, nein. Ah, in diesem Raum waren wir doch schon. Ich weiß. Nein, 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 nein Nr. es ist schön es raus und er führt zu alles was du siehst auch für den Gamer-Ruf alle Ehre alles was so kann es täglich fahrt es mich schon wieder hier und er hat man sich immer irgendwie gar nichts bekommen gerade oder auch heute diese doch ab ich will mich hier oben hinstellen jetzt kann es anvisieren oder müsste eine Tür mit dem Wasser Schlüssel drin gewesen sein ja ich guck gerade mal nach ja da würde ich sagen ja ja